Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und heute wäre normalerweise der Zoo von Colin dran. Und das ist ein Zoo, den hatten wir schon mal besichtigt, den hat er weitergebaut und jetzt nochmal eingesendet. Allerdings habe ich den gerade mal gestartet und geladen und kurz getestet. Und ich habe wirklich nur 5 FPS oder so, wenn es hochkommt. Also der ist wirklich unspielbar, der ist leider viel zu groß und deshalb kann ich den leider nicht besichtigen. Tut mir sehr, sehr leid, Colin, aber ich kann halt auch nur das tun, was mein PC hergibt. Und ja, der Zoo ist leider wirklich unspielbar. Also Leute, ich kann euch nur noch mal ins Herz legen, baut lieber ein bisschen kleiner und dafür ein bisschen mehr Details. Und dann macht das Ganze uns allen auch mehr Spaß und dann klappt das Ganze auch alles ein bisschen leichter. Aber es ist ja auch halb so wild. Wir haben ja schon wenigstens mal was vom Zoo gesehen, weil ich habe ja schon mal ein Video über den Zoo gemacht. Könnt ihr auch gerne mal auf meinem Kanal nachsuchen, Zoo Ölser heißt der. Und ja, schaut euch das einfach an. Aber heute kommt dann einfach der nächste Zoo dran, nämlich der Zoo von Joas. Und Joas schreibt auch eine E-Mail für uns. Er schreibt ganz kurz und knapp. Hallo Dandi, an bei meinem Zoo Paradise Island. Ich habe vier Bereiche erstellt. Afrika, Asien, Tropen und Amerika. Ich habe alles mit dem Verweis auf den Rundweg ausgeschildert. Du kannst jeden Bereich erkunden und kommst dann zurück zum Hauptplaza. Asien erreichst du über Tropen oder Amerika. Ist aber auch alles ausgeschildert. Viel Spaß. Gruß, Joas. Dankeschön schon mal für das Einsenden an dich, Joas. Ich freue mich schon auf dein Zoo. Und genau zu diesem werden wir jetzt mal uns hinbegeben. Und schon sind wir angekommen in Paradise Island. Wundert euch übrigens nicht, warum hier so viele Gäste ein- und ausgehen gerade. Es waren vorhin 5000 Gäste oder so im Zoo. Und ich habe den gerade schon mal geschlossen und das Ganze auf 500 begrenzt. Das heißt, wir haben jetzt 500 Gäste, die uns hoffentlich nicht zu sehr belästigen. Weil ihr kennt das ja, wenn da so Menschenmassen sind, sieht man teilweise gar nichts. Aber ich möchte jetzt auch gar nicht lang schnacken. Wir gehen jetzt hinein. Ich bin wieder sehr gespannt, was du so schönes in deinem Zoo gebaut hast. Also die FPS sind schon mal relativ gut. Das ist schon mal schön. Sieht ja schon mal schön aus. Ich sehe auf jeden Fall schon mal Wasser. Ich sehe Blumen. Welcome. Und ein Typ läuft durch mich durch. Ne, eine Frau mit Brille. Welcome. Oh, das sieht doch schön aus. Aber das Ding habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. In einem anderen Zoo von euch. Kann das sein? War das nicht in dem Zoo von dem Holländer? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, das ist aus dem Workshop. Aber sieht sehr schön aus. Auch sehr schön kombiniert hier mit den Zäunen hier und mit Blumen. Und Scheinwerfer sind da auch drauf. Das heißt, wir müssen auch gleich mal bei Nacht vorbeischauen. Finde ich sehr schön gemacht. Sieht sehr einladend aus. Gehen wir mal hinein. Das ist jetzt der große Plaza. Ja, das scheint mir der Plaza zu sein. Tropen, Amerika, Afrika. Hast du nicht vier Bereiche geschrieben? Ach, den einen Bereich Asien war das, glaube ich. Den erreiche ich, glaube ich, über Amerika oder Afrika oder so. Oder Amerika oder Tropen. War, glaube ich, in der E-Mail, ne? So, du hast hier auf jeden Fall einen schönen Springbrunnen. Musik. Plätzchlandes Wasser. Dann gibt es hier Geldautomaten. Ein paar Essens und Trinkens. Trinkens. Essens und Trinkens vor allem. Essen und Trinken. Geschäfte. Die Toiletten hättest du noch ein bisschen mehr verstecken können. Bin ich nicht so der Fan von, weil dieser Rohbau immer nicht so schön aussieht. Aber trotzdem cool, dass du auf jeden Fall Toiletten da hast. Hättest du vielleicht auch noch ausschildern können für die Gäste. Amerika-Rundgang. Oh, hier sind auch süße Bänke. Oh, das hast du ja cool gemacht. Dass man hier so auf den Rasen gehen kann. Das scheint auch alles zu funktionieren. Ist ja idyllisch. Cool. Tolle Idee. Auch wieder alles schön mit Blumen und so. Gefällt mir. Okay, hier sieht man leider eine Düse. Ah, sogar ein paar mehr Düsen. Das ist, äh, hättest du vielleicht noch ein bisschen verstecken müssen im Boden oder sowas. Oh, das sieht auch schön aus, hier der Eingang. Der ist richtig cool. Der gefällt mir richtig gut. Schön bunt gestaltet. Dekoriert mit Seilen, Lampen, diesen Bögen, irgendwelchen Büschen, Efeu. Ah, das ist schon cool. Hier haben wir auch nochmal ein paar weitere Läden und eine Toilette. Und hier kann man sitzen. Ich würde sagen, wir arbeiten uns von heute mal von... Ich glaube, ich gehe meistens immer erst links, oder? Wir gehen mal hier rechts rein. Wir gehen erstmal nach Afrika. Mal schauen, was uns hier erwartet. Sehr gespannt. Hier sieht es ein bisschen kahl aus, muss ich sagen. Also hier hättest du, glaube ich, sogar noch ein bisschen medisch austoben können. Das geht hier direkt in ein begehbares Gehege, so wie es aussieht. Mal hinein. Flamingos. Oh, das ist auch eine schöne Brücke. Ich glaube, die ist eher so für den Mitarbeiter, damit der auch überall hin kann. Ist doch ganz cool. Also hier ist das sehr schön gemacht mit der Abgrenzung. Das ist auch schon das nächste Gehege. Gut, hier dieser Backsteenzaun im Hintergrund sieht jetzt nicht so schön aus, aber das hast du hier sehr gut gemacht. Ah, die Flamingos gehen da auch über die Brücke rüber. Das ist ja cool. Das finde ich sehr cool, dass du hier alles so mit Brücken verbunden hast und dann viel Wasser verwendet hast. Und dann auch hier diese selbstgebauten Unterschlüpfe. Ich meine, die sind relativ simpel gebaut, aber sehen trotzdem gut aus. Hast du schon cool gemacht. Schönes erstes Gehege. Ist aber ja nicht wirklich ein begehbares Gehege, wie ich vorher gesagt habe. Oh, hat diese... Oh, die Brücke braucht Stützen. Das sehe ich so schon. Ich weiß, momentan spreche ich immer die Stützen an, aber ist halt unrealistisch, wenn irgendwas schwebt, ne? Was eigentlich nicht schweben könnte. Und ist auch ein bisschen schade, dass du hier die Brücke noch nicht mehr ausgeschmückt hast. Ist halt einfach nur so ein Standardweg da drüber. Schnell durch, bevor sie schließt. Okay, das ist auch ein Workshop-Haus. Also du scheinst relativ viele Sachen aus dem Workshop benutzt zu haben. Hast du leider nicht reingeschrieben in die E-Mail. Bau-Bab-Burgers. Ist auch ein sehr schönes Haus, ne? Das haben wir auch schon öfter gesehen. Cool. Ja. Brauchen wir es aber jetzt, glaube ich, nicht nochmal genauer angucken. Das kennen wir ja schon. Sind auch nochmal Toiletten. Das finde ich sehr cool, dass du das hier mit diesen Baumstämmen abgesteckt hast. Und dahinter dieses Elefantengras. Das sieht sehr cool aus. Gefällt mir. Auch ein Affenbrotbaum. Oh, hier geht's rein. Oha. Boah, ich will eigentlich... Gehe ich zu den Elefanten. Ich gehe mal hier rein. Ist ja auch ausgeschildert. Afrika-Rundgang. Okay, da müssen wir hier lang. Oder gehen wir erst zu den Elefanten. Wir gehen einmal bei den Elefanten-Lukern. Nicht, dass ich die gleich übersehe. Oh, cool. Hier hast du auch schön die Bordsteine und so abgesteckt. Das gefällt mir sehr gut. Von der Gestaltung her. Das Ding sieht auch aus, als käme es aus dem Workshop, wenn ich ehrlich bin. Hinterfrag das jetzt lieber mal, weil ich habe jetzt schon zwei Sachen aus dem Workshop gesehen, glaube ich. Kann gut sein, dass du dich häufiger bedient hast bei Gebäuden. Kann ich auch verstehen. Das ist ja gar nicht so schlimm. Mir fällt das auch immer schwer, Gebäude zu bauen. Schönes, simples Löwengehege. Kann man natürlich noch ein bisschen mehr gestalten. Aber ich finde es cool, wie du das hier mit den Felsen gemacht hast. Einmal rumherum. Dann hier ein schöner Aufgang. Ich glaube, hier ist eine Höhle. Können wir, glaube ich, gleich nochmal von der anderen Seite lieber schauen. So, was haben wir hier? Das ist schon das Elefantengehege, glaube ich. Jetzt in so einen coolen Dom rein. Ja, der sieht auch sehr nach Workshop aus. Sieht mega cool aus. Der gefällt mir. Der sieht von Ende richtig cool aus. Tolle Form. Der ist, glaube ich, auch nicht rund. Der ist so ein bisschen oval, kann das sein? Strauße und Elefanten sehe ich hier. Vertragen die sich? Das weiß ich nicht. Afrika Boat Trip. Hier ist nochmal eine Bootstour. Ja, die machen wir nur, wenn wir... Ich glaube, der Zoo ist relativ groß. Also die Bootstour sparen wir uns, glaube ich. War gut, dass ich hier langgegangen bin. Schätze ich mal. Ja, weil, ähm, ich glaube, der Rundgang führt hier nämlich nicht hin. Gehen wir mal zurück das Stück. So. Jetzt geht es hier rein. Afrika Rundgang. Die Gänge sind übrigens sehr schmal. Also mit 5000 Besuchern im Zoo wäre das, glaube ich, hier richtig gedrängelt gewesen. Ich bin froh, dass ich das begrenzt habe. Was haben wir denn hier? Ah, hier kann man das erste Tier sehen. Ja, da ist der Bildschirm aus. Ich weiß nicht, was hier drin ist. Gucken wir mal. Ah, hier ist natürlich mit den Barrieren bin ich halt kein großer Fan, ne? Das Gehege sieht sowieso noch sehr kahl und leer aus. Also sehr rohbaumäßig. Im Zoo sind leider Gehege in echt auch so. Oder öfters mal so. Was ich sehr schade und traurig finde. Oh Gott, nicht, dass hier die Tiere gestorben sind. Hm. Gehen wir mal nicht von aus. Das ist einfach ein leeres Gehege. Ah, jetzt können wir die Löwen nochmal sehen. Das ist echt schön gemacht. Jetzt sieht man im Hintergrund auch nochmal dieses schöne Elefantenhaus. Hier oben können die nochmal rauf. Das ist so ein bisschen König-der-Löwen-Style. Hier auch ein schöner Unterstand. Da hinten können die noch hinklettern. Das sieht doch cool aus. Tolle Felsarbeit. So, was haben wir hier? Ich glaube, das hier hätte ich sogar auch abgerundet. Das Haus. Weil du den Weg hier auch abgerundet hast. Also entweder musst du den Weg auch eckig machen oder das Ganze auch abrunden. Weil so sieht das ein bisschen komisch aus, dass es hier so ein bisschen entfernt ist. Das ist aber, glaube ich, das leere Gehege, was wir gerade gesehen haben. Ja. Das ist leider leer. Aber man kann die Löwen wirklich gut beobachten von hier. Du hast halt auch dieses ausgenutzt, dieses erhöhte, dass man von oben runter guckt. Oh, was macht er jetzt? Oh, wie süß. Er spielt mit dem Schweif. Jetzt ist er umgekippt. Und durch... Oh, wie süß. Das ist ja eine niedliche Animation. Ja, die Tiere im Plen des Süßes sind schon was Tolles. Hier guckt auch so ein bisschen Gras raus. Hier auch. Aber das sind alles so Feinheiten. Wo muss ich lang? Darf ich hier hoch? Ah, okay. Das ist nur eine Aussichtsplattform. Du hast leider bei den Wegen auch nicht viel Variation gemacht. Das sind leider immer diese Standardwege. Aber hier kann man nochmal das Elefantengehege sehen. Das ist mir auch ein bisschen zu flach. Und ein bisschen zu wenig. Also hier hättest du dich, glaube ich, noch ein bisschen mehr austoben können, was Höhenunterschiede angeht, was Bepflanzung angeht und so weiter. Also solche Elemente sind schon sehr schön hier am Rand. Aber hier sind mir ja noch ein bisschen zu viele kahle Stellen. Aber du hast es auch schon ganz gut gemacht mit dem Terrain-Tool, mit dem Unsprayen. Das finde ich ganz nice. Aber es sieht noch sehr, sehr kahl aus. Also da kannst du dich auf jeden Fall mehr austoben. So. Oh, schöne Shops. Sieht toll aus. Können aber auch fertige sein, die es im Spiel so gibt. Würde ich nicht sagen. Das hast du auch wieder sehr schön gestaltet hier mit den Zäunen und diesem Blumenbeet und den Elefantenstatuen. Ja, das ist mega. Das sieht schön aus. Hier auch so eine schöne Bankreihe nochmal, wo man sich hinsetzen kann. Also es ist schon sehr stimmig, was du gebaut hast. Afrika Boat Trip. Na, habe ich ja gerade schon gesagt mit Afrika Boat Trip. Guck mal, selbst hier hast du sogar Blumen und so eingebaut. Afrika Rundgang. Hier sind nochmal mehr Toiletten und... Also Toiletten und Essensläden gibt es hier genug. Das hast du auch sehr schön gemacht. Also das sieht ja auch wieder sehr cool aus hier, diese Ecke. Und den Tischen. Und die Dinger würde ich sogar, glaube ich, noch mehr verstecken. Also dass man die gar nicht sieht. Am besten irgendwie um die Ecke oder sowas. Aber ich finde die mal nicht so schön, diese... Oh, jetzt habe ich ein Lack gehabt. Diese, ähm... Ja, Mitarbeitereinrichtungen mit Strom und Wasser und sowas. So, hier gibt es auch wieder ein Gehege. Kaffernbefüll. Da ist auch der erste Wasserfall. Da sieht man leider so ein bisschen die Düsen. Okay, das Plätschern kommt hier oben ganz gut raus, aber... Hm. Irgendwas stört mich da dran so ein bisschen. Kann auch sein, dass es der hohe Weg hier ist. Also dieser... Ich finde gerade von unten sehen immer diese Standardwege sehr doof aus. Sieht halt aus wie so... Einfach Beton. Und man sieht... Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Hier sieht es allgemein noch so ein bisschen unfertig aus. Der ganze Berg, wo das dran ist. Ist ja auch die Tiere nicht. Ach, da sind die. Die Raffen. Das Gehege sieht allgemein noch ein bisschen kahl aus, muss ich sagen. Also es sind schon sehr gute Ansätze da, aber da fehlt noch einiges. An Dekoration. Aber ich glaube, mittlerweile ist auch das Niveau extrem gestiegen bei den Zoos. Also wenn ich irgendwas kritisiere, seid da bitte nicht... Müse oder traurig oder so. Das ist alles Meckern auf hohem Niveau. Also du bist auch wirklich gut im Bauen. Das sieht man auch an der Felsarbeit und so. Aber, ähm... Ja. Wie gesagt, Meckern auf hohem Niveau. Hier fehlt halt noch relativ viel, ne? Das ist halt noch unfertig hier. Das sieht man halt. Da hast du sicherlich auch noch was geplant und noch keine Zeit gefunden. Das sieht auch wieder nach einem Workshop-Gebäude aus. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen. Das brauchen wir uns, glaube ich, nicht weiter angucken. Das ist auf jeden Fall ein Workshop-Gebäude. Das hier ist ganz schön. Eine schöne Plattform. Gut, die Gehege, habe ich ja gerade schon gesagt, sehen leider ein bisschen ruhe aus. Auch hier der Hintergrund und so. Äh, da kann ich es euch immer empfehlen. Baut ein bisschen kleiner und dafür macht das Ganze ein bisschen fertiger. Also statt drei oder vier Bereichen zu bauen, einfach nur einbauen. Was ist das hier? Das hin. Die kann fliegen, die Frau. Was sind wir denn hier? Vivarium. Das ist ein Tier. Ach, da ist das Tier. Ich dachte gerade, das ganze Ding hier wäre ein Tier. Das sah irgendwie so aus. Aber das ist nur ein Gouliard-Frog. Ja, die Vivarien gucken wir uns erstmal nicht an. Hier hast du dich auf jeden Fall so ein bisschen im Untergrund versucht. Sieht natürlich auch noch ein bisschen unfertig aus, ne? Also wenn man das hier, glaube ich, noch so mit Holzstützen oder so macht, das könnte echt cool sein. Aber das ist auch dann mit dem Geländer nicht so passend. Also, hm. Hier hättest du das Geländer hier wegmachen müssen und die Wand direkt daran oder so. Auf jeden Fall noch ein bisschen mehr ausschmücken. Sieht ein bisschen langweilig hier auch aus. Und halt auch noch unfertig, ne? An der einen oder anderen Stelle. So. Hoffe ich bin jetzt richtig gegangen. Ach, jetzt sind wir hier wieder rausgekommen. Okay. Ich verstehe. Ah, okay. Mega Boot-Trip. Wo ist denn jetzt der Rundgang? Afrika-Rundgang. Da war ich doch gerade. Afrika-Rundgang. Ich folge mal den Schildern, Leute. Das habe ich doch gerade gemacht, oder? Gerade irgendwie bin ich falsch abgebogen. Weil er hat doch geschrieben, dass ich am Ende wieder beim Plaza rauskomme. Aber ich habe ja auch kein Schild mehr gesehen. Ne, es ist genau der gleiche Weg. Hm. Wir fliegen zurück zum Plaza. Keine Ahnung, was ich da jetzt falsch gemacht habe. Also hier sind wir gerade langgegangen. Hier rüber. Das ist der Afrika-Bereich. Den haben wir gesehen. Also irgendwas habe ich falsch gemacht mit dem Rundgang. Definitiv. Er hat mich auf jeden Fall hierhin wieder zurückgeführt. Wahrscheinlich hätte ich das Stück einfach zurücklaufen müssen. Habe ich wahrscheinlich dann nur verpeilt. Egal. Gehen wir wieder zum großen Plaza. Ich denke mal, hier können wir dann weitermachen. Gehen dann in den nächsten Bereich. Das ist sogar der, den ich vorhin auch hatte. Perfekt. So. Den haben wir gemacht, den Afrika-Rundgang. Jetzt geht's in die Tropen, würde ich sagen. Okay, das ist natürlich ein bisschen unpraktisch hier platziert. Ich weiß auch nicht, was das darstellen soll, wenn ich ehrlich bin. Wo mir so eine Klippe drin ist. Weil das verdeckt auf jeden Fall das Schild so ein bisschen. Aber der Eingang an sich sieht schön aus. Sehr schön gemacht. Die Bordsteine abgesteckt. Der Nebel sieht cool aus. Das Ganze sieht richtig cool aus. Auch mit den Palmen und sowas. Sehr atmosphärisch. Freue ich mich schon drauf. Was uns hier erwartet. Auf jeden Fall ganz anders, als das, was du vorhin gebaut hattest. Hier ist das erste Gehege. Ein Affengehege. Gut, hier am Rand fehlt auch wieder ein bisschen was. Sind denn das vier Äffchen? Schimpansen, schätze ich mal. Schade sind jetzt Bonobos, weil ich verwechsel die immer. Ne, Schimpanse. Ha, ich bin so gut. Auch sehr interessante Klettermöglichkeit. So. Ja, hier fehlt auch noch ein bisschen was. Das sieht auch ein bisschen, hm, random aus mit den Büschen und so. So, ich beile mich mal ein bisschen. Oh, das ist hier auch wieder schön. Gut, der Weg ist hier ein bisschen, ähm, ja, doof. Aber hier hast du es schon ganz gut versucht, alles abzustecken und so. Hier guckt es aber leider noch ein bisschen der Bordstein durch. Das sind aber alles so Feinheiten. Oh, Leistenkrokodil. Mit Underwater Viewing so ein bisschen. Da sieht man es auch. Aber das ist nur so Mini-Underwater Viewing. Hast du eigentlich ganz cool hier gemacht mit den Klippen, muss ich sagen. Und den Pflanzen. Das sieht cool aus. Guck mal, wie groß das ist. Also ich glaube, das snackt den Menschen so weg. Wobei die ja immer ihre Todesrolle machen, ne, Krokodile? Finde ich ja total brutal. Wenn die dann der Beute da so ein Stück rausreißen mit der Todesrolle. Krokodile sind fiese Tiere. Was hat sie denn? Die hat gerade den Dandy gemacht, wenn keine Toilette vorhanden ist. Okay. Wieder sehr schön gebaut. Und wieder einen sehr schönen Essensbereich gemacht. Auch schön. Wieder eine ganz andere Idee hier mit dem Sand und so. Musik. Laternen hier auch oben drauf. Also scheint es auch gut beleuchtet zu haben. Hier gibt es dann wieder alles, was das Herz begehrt. Also Essen und Trinken hast du wirklich genug eingebaut in deinen Zoo. So, hier haben wir Oran-U-Tans. Ah, ich habe einen Leck. Okay, ähm. Hier hast du auf jeden Fall selber so ein Geländer und sowas gebaut. Das finde ich ganz cool. Gott. Ich gucke jetzt erstmal in diese Richtung. Auch sehr schön. So eine Brücke hier oben rüber. Könnte ich mir aber auch vorstellen, dass du aus dem Workshop kommt. Ich weiß es halt nicht. Ich nehme es jetzt einfach mal an, wenn du, wenn ich Gebäude sehe. Weil ich habe jetzt schon einige aus dem Workshop gesehen. Du hast es leider nicht dazu geschrieben. Okay, hier haben wir auch wieder relativ identisch das mit den Krokodilen. Vielleicht hätte es auch ein bisschen mutiger sein können und den Underwater Viewing so ein bisschen, oder das Underwater Viewing ein bisschen höher machen können. Dass man ein bisschen mehr sieht. Weil jetzt können das glaube ich nur Kinder sehen oder Leute, die sich bücken. Was unter Wasser los ist. Äh, das hättest du auch noch hier ein bisschen näher an dem Wortschleim machen können. Dass die Leute da nicht so rein wagen mit den Füßen. Gut, im Hintergrund wieder ein bisschen diese Backstein mauern. Finde ich auch nicht so schön. Aber trotzdem, coole Idee. Ich finde das cool, dass du immer diese Wege hier runter geführt hast. Das sieht sehr cool aus mit diesen Holzwegen. Dann kann man sich hier hinsetzen. Und hier geht es ja wieder hoch. Nicht ziemlich cool. So, ja. Auf jeden Fall auf mich nicht. Nö. Alles ausgeschildert. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Uh. Was sind das? Nialas? Ich habe keine Ahnung. Ich verwechsel die eh immer. Okapi. Ja, oder was? Ich weiß nicht. Ich verwechsel die irgendwie alle. Okapi, Niala und Bongo. Die drei verwechsel ich immer. Aber auch sehr cool mit dem Glasdach da oben. Kommt ein bisschen natürliches Licht da rein. Cool. Hier kann man einmal außen rumlaufen um das Schimpansengehege. So wie es aussieht. Und hier kann man auch nochmal reingehen. Hier haben wir leider wieder das gleiche Problem. Rund und eckig. Das passt immer nicht so zusammen. Ich hätte das glaube ich auch so gemacht, dass der Weg direkt bis zur Scheibe oder so geht. Also gar nicht hier noch so ein Geländer vor. Irgendwie so doppelt gemoppelt. Ich meine die Scheibe hält dann ja eigentlich schon genug auf, ne? Ist aber schön, dass man die hier beobachten kann. Aber das Gehege sieht auch noch, ja, ein bisschen kahl aus. Und auch hier hinten im Hintergrund ist es noch nicht so schön gestaltet. Ich glaube, hier ist wieder viel Liebe zum Detail verloren gegangen durch Größe des Zoos. Also du hast hier wirklich viel Arbeit reingesteckt. Da sieht man, du hast alle Bordsteine abgesteckt und so. Aber in den Gehegen fehlt mir das so ein bisschen. Mir war schon öfter aufgefallen, dass ihr euch bei Besucherwegen und so viel mehr austobt als in den Gehegen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Sind die Gehege nicht viel wichtiger irgendwie? Oh, die gehen genau aufeinander zu. Was machen sie? Oh, ich dachte, sie machen eben Animationen oder so. Wow. Auch kleines, süßes Gehege. Hier finde ich das schon schöner. Hier ist so wenigstens Fels im Hintergrund. Sieht auf jeden Fall viel, viel besser aus. Auch wenn es nur so eine stumpfe Felswand ist. Sieht aber viel besser aus als so ein Backsteinhintergrund oder sowas. Diese Glasscheiben sind natürlich auch ein bisschen langweilig. Da finde ich es immer schon ganz schön, wenn man einfach nur diesen Pillar zum Beispiel auswechselt mit Holz oder so. Einfach, weil es da nicht dieses Standard aus dem Spiel ist. Ich glaube, das bemängle ich aber auch mittlerweile nur, weil ich mich daran so ein bisschen satt gesehen habe. Oh, Tropenrundgang. Gehen wir den jetzt erst zu Ende und dann gehen wir zurück zum Asien. Weil du hast ja geschrieben, ich muss entweder durch die Tropen oder durch Amerika nach Asien. Ich glaube, wir gehen gleich durch Amerika nach Asien. Hier ist auch wieder beleuchtet. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus hier, der Eingang. Auch wieder Musik. Wunderbar. Hier auch wieder schöne Felsarbeit. Das hier ist auch leider ein bisschen zu eckig und kantig. Ist mir gerade auch schon öfter aufgefallen. Aber das Wegenetz ist sehr angenehm, muss ich sagen. Also man kann sich sehr gut in deinem Zoo bewegen. Man verläuft sich auch nicht mit den Schildern. Komm, ich komme jetzt hier auch wieder raus. Das heißt, ich kann direkt rausgehen hier. Das ist sehr praktisch. Das heißt, man muss keinen Umweg laufen. Also sehr gut durchdacht. Jetzt geht es nach Amerika. Wieder ein ganz anderer Stil. Das finde ich mega cool. Also das ist wirklich ausgetobt hier. Gut, hier ist natürlich ein bisschen missraten, aber das ist auch schwierig. Also ich glaube, mit so ein paar kleineren Felsen oder so, hättest du das hier schon abschmücken können. Ist aber schön. Wieder ganz andere Häuser hier gebaut. Zum Stil her. Auch wieder eine Toilette. Gut, hier am besten einfach... Also ich glaube, ich würde hier wirklich einfach richtige Türen vorsetzen, dass man das gar nicht sieht bei so einem kleinen Haus. Aber auch coole Idee, den Baumstamm hier. Oh, hier geht es rein. Hier kommen wir wieder zurück, glaube ich. Cool. Gehen wir mal hinein. Auch ein sehr schöner Ansatz hier von der Höhle. Aber hier fehlt natürlich einiges noch, ne? An Gestaltung. Dadurch geht so ein bisschen die Optik verloren. Wenn, äh... Aber man sieht schon, das geht in eine gute Richtung. Also ich würde dir, glaube ich, echt empfehlen, wenn du nochmal einen Zoo baust oder den Zoo hier weiterbaust, äh, plan nicht so groß. Und mach lieber ein bisschen mehr Detailarbeit. Aber du scheinst echt drauf zu haben. Der Wasserfall sieht auch schon ganz gut aus, bis auf die paar Düsen, die hier zu sehen sind. So das Einzige, was ich zu bemängeln habe. Aber das Geplätscher sieht sehr cool aus. Die Form sieht super interessant aus vom Wasserfall. Das hast du echt gut gemacht. Ist, glaube ich, auch ein interessantes Gehege. Was ist das jetzt? Das ist der Grizzly? Ich glaube, ein Grizzly wäre. Auch schön mit diesen Brücken und so. Sieht schon interessant aus. Aber auch wieder sehr flach. Also ich glaube, so ein paar Höhenunterschiede mehr hättest du ruhig reinbringen können. Ich meine, hier hinten hast du natürlich so einen Berg. Aber trotzdem gerade an solchen Stellen. Das sieht immer sehr... Oh, wie schön das ist. Oh, guck mal. Das ist echt toll hier. Das Einzige, was mich hier stört, ist natürlich der unfertige Berg im Hintergrund. Hier fehlen noch ein paar Felsen. Und hier die Backsteinwände. Bin ich ja kein Fan von. Wisst ihr? Hier geht es auch nach Asien. Asien machen wir gleich zu guter Letzt. Kann man auch einmal drumherum laufen. Mal weiter. Musik. Habe ich letztens gelesen, weil ich gesagt habe, dass teilweise die Musik ein bisschen laut ist. Man muss die wohl am besten im Boden platzieren und immer ein bisschen weg vom Weg. Damit die Lautstärke nicht so krass ist und das überall gleichmäßig laut ist. Das ist wohl auch ein bisschen... Oh, das sieht auch ein bisschen unlogisch aus. Also ich glaube, das ist ein bisschen anstrengend, sowas zu machen. Aber ich freue mich schon, wenn allgemeine Musik da ist, muss ich sagen. Auch wenn sie ein bisschen zu laut oder zu leise dann mal ist. Besser als zur Stille. Sieht hier halt echt noch so ein bisschen unfertig leider aus. Ist immer noch das gleiche, Gigi? Ich glaube nicht. Hier fehlt mir echt immer noch so ein bisschen was. Sehr schade. Sind überhaupt Tiere drin? Ich erklimme den Berg. Tada! Wir sind oben. Nice. Ich glaube, wir sind gar keine Tiere drin. So groß ist ein Zoo übrigens gar nicht. Also die Rundgänge sind relativ kurz. Das heißt, du kannst dich auf jeden Fall noch austoben. Die FPS sind ja auch noch gut. Nehmen wir nochmal Tiere. Oh, Bisons haben wir hier. Oh, ist ja schön. Also dieses Holz gefällt mir schon besser als der Backstein, muss ich sagen. Auch wenn das auch Fertiges ist. Aber wenn man selber so Barrieren und so baut, das finde ich immer am allerschönsten. Immer mega nice. So. Hier sind wir schon zurück. Das war ein relativ kurzer Rundgang. Gehen wir nochmal zu Asien jetzt. Zu guter Letzt. Muss ich eigentlich hier... Ja, da ist ja schon der Eingang. Perfekt. Da, okay. Jetzt geht's nach Asien. Ich bin sehr gespannt. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Oh, sehr schön dekoriert. Hier mit dem Kirschblütenbaum, dem Boot und dem Wasserfall. Das sieht schon sehr stimmig aus. Das sieht toll aus. Bis auf den Weg wieder. Das ist halt der Standardweg. Aber das sind halt immer so die Sachen, die mich so ein bisschen... Also es ist richtig schön, aber wenn jetzt der Weg hier noch schön abgestützt wäre und so irgendwie aus Holz oder so oder irgendwie was anderem, selbstgebauten, das würde noch hundertmal besser aussehen. Weiß jetzt nicht, ob ich so der Einzige bin, den das stört, aber ihr könnt's ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch diese Standardsachen mittlerweile auch ein bisschen stören. Also diese Standardwege und so. Ich glaub, das liegt einfach ein bisschen daran, dass man sich satt gesehen hat und was Neues sehen möchte. Weil die sehen ja nicht hässlich aus, aber ja, selbstgebaut ist halt eben wie immer was... Oh, was Besonderes. Das sieht mega aus. Richtig schön bepflanzt hier. Cool. Das ist sich ordentlich ausgetobt, aber eine sehr gute Kombination hier mit Pflanzen. Auch schöne Musik. Wow. Und hier so ein riesiges asiatisches Gebäude. Ich muss ja am liebsten gerade reingehen, wenn ich ehrlich bin. If only. Wir gehen aber den Rundgang. Halten uns mal an deine Regeln. Interessantes Gehege. Das sieht cool aus. Was gibt's denn hier zu sehen? Ah, Japan. Makaken. Sehr süß. Auch schön mit dem Nebel da. Ich weiß gar nicht, ist das so platzierter Nebel oder sind das die Klimaanlagen, die das machen? Sowas mag ich aber gerne, gerade so bei eisigen Gehegen. Man könnte auch noch so ein bisschen Dampf oder so über dem Wasser machen. Leider wieder Backstein. Und unfertiger Berg im Hintergrund. Aber ansonsten sieht das schon sehr interessant aus. Das ist sehr cool gearbeitet hier mit den Felsen und diesem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, dieses Schlamm-Dings oder sowas, was du hier in die Erde oder in die Felsen eingearbeitet hast. Okay, Asia-Rundgang. Ah, wieder Backstein. Leute, I don't like Backstein. Also, ich hab nichts dagegen, wenn man das mal... Oh, da kommt der angerannt. Wenn man mal ein Haus oder so baut, eins davon, was richtig cool aussieht, so richtig schön, wo der Backstein reinpasst und das Sinn macht. Aber wenn... Immer diese Backstein-Barrikaden finde ich am allerschlimmsten von allen. Also, nee. Aber ihr dürft sie trotzdem natürlich verwenden, wenn sie euch gefallen, ne? Aber ich werde trotzdem meckern. Dann müsst ihr damit leben. Asia-Rundgang, was ist das? Mitarbeiterweg. Ja, es ist ja alles noch so ein bisschen unfertig, leider. Ja, sieht man auch hier, ne? Da gehen wir mal ganz schnell durch, durch die Höhle. Das Wegenetz ist schon sehr gut durchdacht. Dazu hat er auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Hier ist ein Panda-Gehege. Sieht auch noch sehr unfertig, leider aus. Auch wieder sehr interessant, so, von der Form. Hier hast du auch schöne Höhenunterschiede drin und auch Klettermöglichkeiten und so. Da klettert er auch, wie das aussieht. Aber hier fehlt auf jeden Fall noch was. Hier fehlen Felsen und ein paar mehr Büsche und so. Gerade in Asien kann man sich immer mega austun, was Bepflanzung angeht. Und Pandas sind ja auch so tolle Tiere. So, das ist auch wieder sehr schön. Also die Essensbereiche hast du echt gut gemacht. Gefällt mir. Können wir auch direkt nochmal die Pandas sehen. Sehr cool. Im Hintergrund sieht man auch diese asiatischen Gebäude. Gefällt mir auch. Hier hast du wieder richtig schön bepflanzt. Das sieht echt toll aus. Da könnte man echt schon wieder so ein Screenshot von machen. Sieht super aus mit diesen ganzen bunten Bäumen und so. Bis auf den Wegen natürlich wieder, ne? Leider, leider. Du hast leider echt nur mit diesen Standardwegen gearbeitet. Hier hast du nochmal so einen kleinen Unterstand gemacht. Wollen wir nochmal gucken. Oh, das sieht schön aus. Das ist ein schönes Gehege. Das sieht auch schon ein bisschen fertiger aus. Sieht auch mit dem Schnee sehr schön aus. Da geht der Tiger gerade in die Hülle rein. Cool. Aber auch hier. Er ist überall. Der Wackstein. Der Wackstein des Todes. Das ist auch wieder schön ausgeleuchtet. Ich bin gleich mal auf die Nacht gespannt. Also es scheinen hier relativ viele Wege von oben zu sein. Aber man hat dann halt immer so einen schönen Blick auf die Tiere, ne? Von oben herunter. Das habe ich ja schon öfter gesagt. Das ist echt cool. Guck mal auch nochmal so ein bisschen reinlunkern. Mit ein bisschen Glück sieht man dann die Tiere. Hier geht es zurück. Ah! Ach, das ist auch wieder schön. Hier mit dem Wasser und so. Die ganzen bunten Bäume. Der Schnee. Und dann diese wunderschönen Tiger. Sehr cool. Sehr schön gemacht hier. Das gefällt mir gut. Hier hast du auch mal selber eine Barriere wieder gebaut. Sieht halt gleich hundertmal besser aus, ne? Wenn man selber sowas baut. Auch wenn es eine relativ simple Barriere ist. Aber cool. Fällt mir. Jetzt geht es, glaube ich, in das große Gebäude. Oh ja. Interessantes Dach, was du da gebaut hast. Und mal ein schöner Springbrunnen. Sehr schön dekoriert. Das ist toll hier. Auch da oben noch die ganzen Stadttouren und so. Cool. Und jetzt sind wir wieder hier, ne? Also das Wegenetz funktioniert wirklich 1a bei dir. Ich laufe jetzt aber hier nochmal rum. Genau. Hier kann man nämlich auch nochmal komplett rumlaufen. Das ist das Tigergehege. Hier kann man nochmal hoch. Auch nochmal. Ah, hier ist das Pandagehege. Okay. Ich bin direkt verwirrt. Bin ich jetzt rausgelaufen? Hier ist das Tigergehege. Ah. Kann man das aber auch nochmal alles sehen. Von allen Seiten. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier rumgehen, ne? Hey, ja. Genau. Ach, dann sind wir wieder hier im Eingang. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ich glaube, wir haben alles gesehen, Leute. Hier geht es nämlich wieder zurück. Ach, wundervoll. Das hat doch Spaß gemacht. Toller Zoo. Leider noch an einigen Stellen sehr unfertig. Aber er war ja auch relativ groß, ne? Sieht auch von oben schon sehr beeindruckend aus, muss ich sagen. Mama, cool. Kannst du gerne noch weiterbauen. Hast ja noch 30 FPS. Aber beim nächsten Mal würde ich, glaube ich, kleiner planen als das hier. Weil das ist schon relativ groß. Ich glaube, wenn du jetzt noch mehr Details und so einbaust und die ganzen Berge und so ausschmückst mit Klippen, dann wird das problematisch werden. Wir gucken jetzt nochmal ganz schnell bei Nacht. Ich weiß gerade deinen Namen gar nicht mehr. Der war aber auch schwierig, der Name. Den hört man nicht allzu oft. Ich schaue gleich nochmal eben nach. Oh, hier hat es schon ein bisschen zu krass beleuchtet, würde ich fast sagen, oder? Ich glaube, ein bisschen schwacher hätte es beleuchten können. Hier war cool, dass du es allgemein so ein bisschen versucht hast auszuleuchten. Den Strahlern. Auch alles in verschiedenen Farben. Sehe ich noch irgendwo Highlights. Ja, ein paar Laternen sehe ich. Und hier diese Eingangsbereiche. Aber ich glaube, das ist echt schon ein bisschen zu krass hier mit der Beleuchtung. Ich glaube, da hättest du ein bisschen sparsamer sein können. Also ein bisschen... Die kann man doch bestimmt regeln, diese Strahler, oder? Kann man nicht regeln. Oh. Da muss man die regeln, indem man die weiter weg macht, oder so. Oder in den Boden, oder sowas. Das ist mir ein bisschen zu krass, glaube ich, die Beleuchtung. Das war auf jeden Fall Tropical Island, müsste es gewesen sein, von... Ich sag's euch sofort. Jetzt mal machen wir jetzt hier nochmal ein wunderschönes Bild auf den Eingang. So. Okay, der Name war Paradise Island. Ich hab mich da gerade versehen. Ähm, das war auf jeden Fall Paradise Island von Joas. Vielen, vielen Dank, Joas, fürs Einsenden. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo fandelt. Und falls ihr mal einen Zoo habt, den ihr einsenden wollt, den ich mir mal angucken soll, dann könnt ihr es gerne tun. Unten in der Videobeschreibung stehen dort dazu alle Infos. Ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandi.